und hier raus bin ich mir gerade gar nicht so sicher wo wir lang sollen uns das jetzt was dass das hier kaputt ist er wird ihnen dieser blöde doch so lang sprung ich weiß nicht wieso das jetzt kaputt gegangen ist hallo wie geht es dir alles gut gut dann halt nicht ne ach so medis sehr 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 gut ich mag nur muni können wir brauchen von hier aus wenn wir also wieder hier rüber die dunst das wollen wir werden geladen jeden fall richtig hätte man auf einem herum zu knabbern die blöden fischer geht also auch unter wasser wo zum teufel sind wir jetzt weißt du es dann hier im freeman oder da ist der bogen da ist der bogen da ist er nicht auf schade weil da ist zeug drin ich verstehe da ist der bogen um und die Pfeile verboten die Stichwort die Stichwort wenn wir mal auftauchen so hat zack Prozent Prozent Null Club Klaasburg in der Hause putzen und land genau mit geht es noch weiter So, jetzt. Wenn mir die nicht sicher auch mir gefällt, was ich hier gesehen habe. Schaden kann es auf jeden Fall nicht. Was ist das? Wird die Unterwasser abfallen? Scheiße. Das heißt, ich brauche erst den Bogen. Ich mache nicht mehr alle, keine Sorge. Na gut, na gut. Moin! Warum machst du das nicht selber, lieber Kollege? Bis vor einer Woche? Wie lange sind wir schon hier unten? Hm? Ich meine ja bloß. Das Ding wird so abstürzend hier. Was ist das hier wieder raus? Was ist denn da? Jedes Mal, wenn der uns berührt, gucke ich woanders hin. Ja? 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 Ah, easy. Easy, easy, easy. So, jetzt die Axt raus und erstmal ein lecker Filet rausschneiden. Das ist ein netter Kollege hier. So, gucken wir mal, ob es hier noch was gibt irgendwo. Jetzt gehen wir nochmal zu dem Kollegen nach oben. Oh, guck mal, hier gibt es noch was. Wird es auftauchen? Bitte neben uns das Tor auf. Es geht wieder zu. Ach, kacke. Ich sowas hasse. Komm, 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 voll mit. Anstrengend, los. Juhu. So, da gab es gleich Muni. Das ist nice. Hallo? Äh, darf ich gar nicht mehr zurück? So, hallo? Es ist egal, ob man da selber durchfallen kann. Guten Tag, lieber Vertigo laut! Und zwar irgendwas hier. Ich führ das Wert auf den nächsten Kollegen treffen wir. Dass wir hier nicht ins Wasser wollen. Was mit Tür? Hier unten geht es lang. Ich komme nicht raus. Hey, hallo! Na, Drecksack! Ja, noch was! Mach einmal! Dreckige G-Man, ey! Ähm... Dahinter ist eine Leiter, aber das können wir bestimmt nicht bewegen. Hä? Und noch eine kleine Kiste. Wir brauchen 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 eine kleine Kiste. Das sind sie doch oder nicht? Das Wissenschaftlerteam hat ihre Fortschritte über das Sicherheitssystem von Kremeser veröffentlicht. Das ist der Anzug. 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 Der Anzug. Das ist der Anzug. Das war der falsche Weg. Der ist weg. 2, 2, 5. Willkommen dabei. Die Frage ist aber wo... Achja. Natürlich nicht ganz so lange bleiben. Also nicht so lange wie irgendwo nötig. Ich hab'n. Das ist wirklich der beste Game. So, äh... Aber hier ist jetzt nicht mehr kalt, ja? Da oben ist so kalt, das ist ein Schaden. Aber hier nicht, oder was? Das soll verstehen werden. Boah, komm, latschen. Ja, nein, 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 nein. so und die Kunde aber nicht weiter Was soll das? Ah! Fick Sack! So, wir kontrollieren mal, was es so schönes gibt. So, Kontakt. So, ich habe eine Nachricht für dich. Ich wein. Was? Ja, erzähl! Kollege. Ähm... Okay. Hä? Was ist das denn? schon lustig wie man versucht hat vor 20 jahren so eine spezialeinheit im tarnanzug darzustellen zum nachladen hier warum wollen die uns eigentlich aufhalten das verstehe ich nicht mit dem was ich das ich wüsste anzug allergie damit weichern nun jemand da der face aces aber was macht das auf reicht vielleicht zweit hoch kann wenn wir beim keinem von beiden was ziehen da waren wir hier Ich bin hier. Sie sind getroffen. Keine Vital-Signale wird zu entdecken. Hilfe! Aber das war doch klar, oder? Ähm, hallo? So, wir machen mal eine ganz, 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 ganz kurze Pause und, äh, moin Lexa übrigens, äh, dauert nur ungefähr zwei Minuten, ich bin sofort wieder da, bis gleich. So, wir machen mal eine ganz, ganz, ganz kurze Pause.